Also es kann eben auch sein, dass Günther sich drei Stunden später ganz anders verhält. Also man müsste diese Tests natürlich mehrmals über mehrere Tage verteilt haben, um da eine verbindliche Aussage treffen zu können. Gut, ich würde jetzt gleich einmal hier auf Günther stellen. Martin will sich um das Selbstschutzverhalten des Welten anschauen. Ist Günther ein kleiner Angsthase oder ein mutiger Aufgänger? Okay, setzen einfach in die Mitte. Wir gucken, dass Günther, wo es losgehen sollte, dass der natürlich nicht runterfällt. Da hängt es mir schon viel mehr Angst vor. Ich hätte nicht gedacht, dass der sich so orientiert.